Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ach, Moment mal, das ist ja gar nicht meine Richtung. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Moin, fahren Sie in meine Richtung? Sehr freundlich. Ja, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Hallo? Das ist Ticket, bitteschön. Ciao. Ciao, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Cool. Mahlzeit, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Sohn, der ist mit der Wasserfläche zu werden. Sohn, der ist mit der Daumen hoch. Sohn, einem Ticket sieht die Fahrt aus, Sohn. Sohn, das ist ganz gut. Sohn. 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 Dankeschön. Hi, das geht es, bitteschön. Aber... Salut, Sie wollen bestimmt ein Ticket sehen. Guten Tag. Ich bin aber froh, dass das Ticket tut. Danke. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung. Ciao. Guten Tag. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020